Na? Hi! Hier ist AXSZELL! Ja Leute, der Heiße ist zurück. Das bin ich. Und ja, ich sehe nur so kurzes, so LAP LAP Video. So kurz, so kurz so hin und her. Jetzt nicht wirklich was krasses, was ich so... Ne, nicht wirklich. Ja, nämlich folgendermaßen. Ich habe ja vor ein paar Monaten mal das Q&A gestartet, Fragen und Antworten. Und da kamen schon ein paar Fragen zusammen. Aber ich dachte mir so, wenn ich jetzt schon so ewig mit dem Antworten-Video warte, schon so monatelange, dann kann man auch eigentlich noch ein paar Fragen stellen, so noch ein erneuter Aufruf, damit sich die neuen Abonnenten, die mir in der Zwischenzeit dazugekommen sind, dann nicht fragen, hä? Warum kommt ein Antworten-Video, wenn es gar kein Fragen-Video gab, ne? Da will ich schon den meisten ein paar Schritte voraus von der Intelligenz, muss ich schon sagen. Also ja, ihr könnt auch hier noch in die Kommentare... Da sind die Kommentare. Voll cool immer. Ist voll cool hinzuzeigen, ne? NEIN! Und ja, dann könnt ihr noch ein paar Fragen stellen und dann werde ich die bald beantworten. Aber diesmal wirklich bald, ey. Bald. Kommt schon. Glaubt mir. Und die zweite Sache... Ich hoffe, ihr vergesst jetzt nicht die erste Sache, nämlich die Fragen zu stellen, ne? Weil ich jetzt noch eine zweite Sache mache. Ich meine, viele von euch sind ja nicht so klug, ne? Und deswegen können die sich eine Sache merken. Naja, vielleicht könnt ihr ja sogar zwei Sachen euch merken. Nämlich, ich habe mir überlegt mal so... Twitter! Soll ja ganz Gucci sein. Und voll im Trend bestimmt. Joa, ne? Ob ich da auch mal was starten sollte. Also wenn sich zwei... Zwei ist die Zahl des Tages, Leute. Merkt ihr schon, ne? Wenn sich zwei Leute finden, die in die Kommentare schreiben, ich würde Axel auf Twitter folgen, dann lohnt sich's doch voll, oder? Haha. Für euch zwei mache ich das dann. Ja, wenn sich keine zwei finden, dann überlege ich mir das nochmal und melde mich im Jahr wieder und frage euch dann erneut. Hoffentlich sagt ihr dann ja. Wobei... Joa. Ja doch, ich hoffe schon, dass sich zwei Leute finden. Ja doch, doch. Ich habe ja schon Interesse daran, das zu starten. Ja doch, doch. Ja, und das war's auch schon. Wie gesagt, Fragen stellen fürs Q&A. Wie? Das war Sache Nummer eins. Und Sache Nummer zwei. Finden sich zwei Leute, die mir auf Twitter folgen würden. Ja, da müsst ihr euch jetzt erstmal merken, was ich gerade so gesagt habe. Das verarbeiten... Dann legt los! Ja, Leute! Und, ähm, bis zum nächsten Mal! War eigentlich gar nicht witzig, aber ich wollte so eine geile Lache noch einspielen. und nicht einspielen. So ein... Ein-Producer hier so live gestalten. So boom, boom! Yeah! Hahaha! Ähm... Okay. Kann man jetzt schon dumm nennen, was hier gerade abgelaufen ist in den letzten 20 Sekunden. Ja! Und ich sag tschau tschau tschau! Hahaha! Und als Nase... Karne Kill! Aaaaah!